Er hat alle Chancen, der neue Justin Bieber zu werden. Matty B. Raps ist mit seinen 10 Jahren nicht nur ein kleiner, blonder Mädchenschwarm. Er coole Käppies trägt, singt, rappt und Moves drauf hat wie die Großen. Mit seinen Hit-Cover mischt er auch das Internet auf. Seine YouTube-Klicks schießen in die Millionen. Allein sein Justin Bieber-Cover zu Boyfriend sahen bisher unglaubliche 70 Millionen User bei YouTube. Seine nachgemachten Gangnam-Style klickten mehr als 35 Millionen im Internet. Der neueste Streich des kleinen Amerikaners, Stereo Hearts. Innerhalb von 5 Tagen sahen mehr als 370.000 User, die er seine Videofreundin zum Song von den Gym Class Heroes anschmachtet. Matty B. Raps Erfolgsgeheimnis, er hat den Boygroup-Schwärmfaktor. Eigentlich heißt er Matthew Davis Morris, hat 4 Geschwister und geht in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia in die 4. Klasse. Er ist der Junge von nebenan. Und genau das nutzt er für seine Videocover. Er setzt voll auf seine Niedlichkeit und spielt damit, dass er eben doch erst ein 10-Jähriger ist, wie in seiner Parodie auf Carly Rae Japsons Call Me Maybe. Darin ändert er den Text etwas ab, lässt sich von Teenage-Mädels anmachen und zeigt, dass er darauf eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Den Usern bei YouTube gefällt's, sage und schreibe mehr als 80 Millionen Klicks sammelte das Video ein. Neuerdings veröffentlicht Matty B. Raps auch eigene Songs, wie Back in Time. Wenn diese demnächst genauso viele Fans finden wie seine Hitcover, kann Justin Bieber einpacken.